Q-Intro So, Hallöchen. Willkommen zum vollkommen unwissenschaftlichen Tutorial, wie wir von so einem digitalen Bild zu so einem pseudo-analogen Bild kommen. Aufgenommen mit einer Fuji X-T2, befinden uns in Lightroom 6, die Frage kam auf, ob das Ganze auch in Capture One funktioniert, sollte es, Capture One hat ja eigentlich dieselben Einstellungen, wie Lightroom auch, befinden uns hier auch in ganz normalen Grundeinstellungen, die wir benutzen. Von daher sollte das funktionieren. Ich werde das nachher auch mal ausprobieren, wenn ich mir die kostenlose Testversion von Capture One runterlade. Und werde das dann an dieser Stelle mal einblenden, ob das tatsächlich so funktioniert oder nicht. Vielleicht kriege ich auch, ich habe das noch nie gemacht in YouTube, hier so einen lustigen Timestamp hin, dass man da hinspringen kann, für wen das interessanter ist. Genau. So, dann gehen wir mal jetzt, also das hier, da wollen wir hin. Da kommen wir her, wie das RAW-File aus der Kamera rauskommt. Wie gesagt, vollkommen unwissenschaftlich. Ich bin eigentlich in keiner Position, irgendwas zu erklären. Aber ich mache das jetzt trotzdem mal, weil wir sind hier im Internet und da hat ja jeder seine Meinung und darf die auch gut tun. Also, wir gehen uns jetzt mal hier auf das Bild. Und ich gucke hier nebenbei auf meinem Handy. Da ist quasi mein kleines Script drauf, denn ich versuche ja nicht jetzt ein Look komplett neu zu machen, sondern ich baue jetzt den mal so Schritt für Schritt nach und erkläre mal so ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe dann jeweils. Also, zuallererst, ich habe so ein paar Grundeinstellungen gemacht hier schon mal im Voraus. Ich habe hier oben das Gesicht ein bisschen heller gemacht, also ein bisschen das Licht gefixt. Ich habe hier unten den unteren Bereich dunkler gemacht, quasi die Lampe, die beim Shooting nicht ganz optimal stand und ein bisschen nachgefixt. Kann man ja machen. So, ansonsten ist alles noch wie Grundeinstellungen. Ich habe es ein bisschen heller gezogen, weil es ein bisschen zu dunkel war. Da habe ich es mal so ein bisschen unter einem Stopp nach oben gezogen. Also, hier Profil, Adobe Standard. Ich könnte jetzt auch die spezifisch arbeiten, indem ich hier irgendwelche von den Kameraeigenen Profilen nehme, aber ich wollte jetzt gerade diesen Look mal so haben, dass da auch für andere Kameras funktioniert. das erste Ding, was ich mache, ist hier die Schatten ein bisschen wärmer zu ziehen. Also, weg vom Blau rein ins Grün. Also, das ist ja hier Magenta-Grün, aber ein bisschen in die wärmere Richtung. Wir wollen dem Ganzen ein bisschen Wärme verleihen im Vergleich zum Digitalen. Dann als allererstes Weißabgleich. Wenn wir jetzt hier mal schauen, automatisch 2850 Kelvin. Das passt so ziemlich genau, weil das war nämlich eine Wolframlampe. Ich mache es ein bisschen kälter. Ich will hier das Weiß für die Ausgangsbasis so weiß wie möglich kriegen. Man kann dann nachher immer noch ein bisschen rumspielen. Also, man kann gerade beim Weißabgleich, der entscheidet dann darüber, am Ende wie warm oder kalt das Bild im Gesamten ist. So, dann gehen wir direkt in die Farbe rein. Wir haben hier die lustigen Luminanz-Schieberchen. Was ich hier mache, ist ein bisschen inspiriert von dem Programm Analog-Effekts, Color-Effekts, Silver-Effekts Pro. Also, die Nick Collection. Da habe ich mir jetzt mal ein bisschen angeguckt, wie da die einzelnen Filme, die es darin gibt. Also, die haben ja Filmmaterial quasi eingescannt und daraus Presets entwickelt, wie man dieses Filmmaterial sehr präzise nachbilden kann. Das hat nur den Nachteil, dass der jedes Mal das RAW-File erst in einen TIFF umwandelt, ein zweites Programm öffnen muss, das nicht besonders schnell ist. Und darin dann die ganzen Anpassungen macht. Und dann hat man wieder am Ende dann ein TIFF-File, was man weiter bearbeiten kann. Das ist für den alltäglichen Gebrauch, wenn man öfter mit Farbe oder öfter diesen Druck verwenden will, hochgradig unpraktisch. Aber ich habe mich da natürlich ein bisschen inspirieren lassen von. Also, ich gehe jetzt hier hin, ziehe für die Luminanz. Also, je heller ich Werte mache, desto heller werden die, desto weniger Farbe haben die im Endeffekt auch. Weil sie halt Richtung Weiß wandern. Und da wir es ein bisschen warm haben wollen, ziehen wir hier die Luminanz von Rot ein bisschen nach unten. Das Orange, das wollen wir ein bisschen... Also, ich mag das zumindest ein bisschen, wenn es ein bisschen überbelichtet aussieht. Also, gerade Farblux mag ich ein bisschen überbelichtet, weil es meiner Meinung nach mehr aussieht wie Film. Wenn die Highlights ein bisschen ausgewaschen sind, dann hat man nochmal diese Imperfektionen, die Film nun mal so ein bisschen mit sich bringt. Also, man kann den natürlich auch korrekt belichten, komplett, ganz klar. Aber dann gehen viele, viele Farbfilme dann auch wieder schon in die Richtung digital. Also, ich mache ja auch zwischendurch die Umfragen. Oft kann man es einfach nicht unterscheiden. Und, ähm, ich will aber ja so eine gewisse Nostalgie wecken. Deswegen mache ich das dann schon ein bisschen eigenständiger, so. Dann haben wir Gelb, können wir erstmal so lassen. Dann habe ich Grün. Ähm, jetzt sieht es auch an der Fuji-Kamera ein bisschen, dass Grün da stärker hervortritt als sonst. Aber ich will auch so Grün nicht so sehr drin haben. Weil Grün halt immer schon doch eine sehr distinkte Farbe ist, die halt schon immer ein bisschen, ähm, man kennt das, wenn Grün irgendwie immer eine Wiese fotografiert und das Grün ist zu hell. Dann wird das schnell sehr knallig, deswegen nehmen wir da ein bisschen was raus. Ähm, was wir auch nicht unbedingt brauchen, ist Cyan. Da gehe ich sehr weit nach unten. Jetzt ist in diesem Bild jetzt natürlich auch gar nicht so viel drin. Ähm, der Look ist natürlich über mehrere Bilder entstanden. Also ich habe den irgendwie über mehrere Bilder dann entwickelt und verschiedene Bilder verglichen. Ähm, ja, Aquamarine ist auch so eine, also Cyan in dem Fall ist auch so eine Farbe, die ist ähnlich wie Grün. Die knallt halt sehr raus und ich will halt eher das ein bisschen zurücknehmen. Ähm, blau habe ich auch, also das kannst du eigentlich so lassen, das habe ich jetzt so auf Minus 2 gesetzt gehabt, also so ein kleines bisschen raus. Ähm, was ich brauche ist Lila und Magenta. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, die sind doch beide kalt in der Farbwirkung, ja. Aber sie mischen sich natürlich auch ein bisschen mit, ähm, Rot und Orange. Ähm, gerade so in bestimmten, ähm, Hautpartien irgendwie, wo man zum Beispiel, wenn man die Wangen ein bisschen lebhafter haben will oder so, da braucht man ein bisschen Magenta-Farben, also das ist ein bisschen rosiger, aussieht ein bisschen lebhafter. So, das ist die Luminanz, also das heißt einfach nur die Helligkeit, ne. Bei Rot konnte man das hier schön an den Lippen sehen, ähm, was da passiert. Ähm, genau. Minus 9. Dann haben wir die Sättigung. Rot werde ich da erstmal so lassen. Dann haben wir Orange. Ne. Orange sehen wir direkt, dass hier die Haut hauptsächlich. Und da wir die Hauttöne schön lebhaft haben wollen, gehen wir hier ein bisschen hoch. Gelb auch leicht. Dann, ähm, grün. Da gehen wir tatsächlich auch mal nach oben, denn wir haben ja vorher grün ein bisschen von der Helligkeit runtergenommen. Dann können wir aber damit, wenn es ein bisschen dunkler ist, damit die Schatten dann oder die Bereiche, wo dann grün ein bisschen dunkler ist, dann aber trotzdem noch lebendig wirken, wieder ein bisschen Sättigung rein geben. Ähm, Aquamarinen stehe ich auf dem Kriegshus, könnte man so sagen. Ähm, also Aquamarinen nehmen wir auch hier Sättigung raus. Ähm, das liegt einfach daran, wenn man jetzt, also ich hab's auch mit Bildern vom Meer oder, äh, von, von strahlenblauem Himmel, ähm, haben. Ähm, wenn wir dem Ganzen einen Look geben wollen, der ein bisschen wärmer ist, dann müssen wir natürlich blau, was dem natürlich genau entgegenwirkt, ähm, ein bisschen weggehen. Das heißt, wir schwemmen so ein bisschen gelb-orange-rot-Töne ins Blau mit rein. Das heißt, wir nehmen einfach blau ein bisschen Sättigung weg. Auch hier, blau selber, nehmen wir ein bisschen Sättigung weg. Ähm, ähm. Lila auch ein bisschen. Weil lila genau dieser, dieser Randton ist, der sehr schnell so eine Haut, so einen Hautton kippen kann. Dafür geben wir, ne, wie schon gesagt, wir wollen es ein bisschen lebendig haben. Da mal ordentlich ein Magenta dazu. Wie gesagt, entstanden ist das Ganze durch Ausprobieren und Rum-Experimentieren und, ähm, im Prinzip ist es auch keine genaue Wissenschaft. Also, ähm, ob man da jetzt hier minus 17 bei lila und plus 57 oder da minus 7 und hier plus, äh, plus 50 macht oder so, das gibt sich dann im Endeffekt nicht sehr viel. Okay, da muss man dann einfach ausprobieren und irgendwann dann sagen, so, ich lasse den Regler jetzt so, wie er ist. Ähm, was noch interessant ist, sind hier diese Farbtöne. Ich kann jetzt also quasi die einzelnen Farbtöne in eine Richtung drücken. Ich kann jetzt hier sagen, Rot schiebe ich Richtung, ähm, ja, Magenta-Farben oder mehr Richtung Orange. Ihr seht das hier wieder genau in den Lippen. Und, ähm, das schiebe ich so ein kleines bisschen Richtung Orange, damit es ein bisschen wärmer ist. Orange und Gelb lassen wir so, wie es sind. Und dann nochmal Grün, ne. Wie gesagt, Grün wollen wir nicht so stark, wollen wir ein bisschen auswaschen, also schieben wir es ein bisschen Richtung Gelb. Das Aquamarin schieben wir dann aber tatsächlich mal Richtung Blau. Damit wir halt da eine klarere Trennung haben, ne. Also wir wollen zwar das Blau ein bisschen auswaschen, aber wir wollen jetzt natürlich nicht hingehen und sagen, das Blau wird Grün. Ähm, wenn wir das Blau schon Blau haben. Und, ähm, durch das Entsättigen kriegen wir dann auch so einen Schub Richtung Warm. So, wir wissen ja, wie es ist. Und dann machen wir hier beim Lila noch ein bisschen Richtung Rot. Und beim Magenta auch. Wie gesagt, die Werte sind irgendwie durchaus probieren und experimentieren entstanden. Dann haben wir noch eine Funktion, die uns jetzt hier nochmal, soweit sieht es ja noch, ähm, sehr normal aus, ne. Also könnte jetzt auch ein digitales Bild oder ein digitaler Look sein. Was wir jetzt brauchen, ist das hier, die Gradationskurve. Und da machen wir quasi jetzt unser, unser digital, ähm, unsere digitale Farbe raus. Und zwar gehen wir einmal hin, wir knallen ein bisschen Kontrast weg. Wir heben das Schwarz ein bisschen an. Und zwar gar nicht mal so knapp. Wir senken das Weiß ein bisschen ab. Also hier ist, äh, links unten ist schwarz, rechts oben ist weiß. Das geht hier dann in so einer Prozentskala, 100%. Wenn wir jetzt das da einziehen würden, dann wäre alles genau andersrum. Dann würde ich das noch da ziehen und das noch da. Dann hat man diesen lustigen, wie heißt der Look, solarisieren. Wer das noch von früher kennt, ähm, das wollen wir nicht. Also wir heben ein bisschen das Schwarz an. Machen also quasi eine Schwarzbeschneidung. Und machen auch eine Weißbeschneidung. Denn Film, wer es kennt, und schon mal gerade auch Schwarz-Weiß-Film gescannt hat, Film ist nie 100% weiß, wenn man ihn scannt. Also wir wollen jetzt, ne, es geht nicht darum, 100% Film nachzubauen, sondern das Gefühl von Film, so wie man es kennt. Und wenn man jetzt hingeht und scannt Film ein, dann hat man natürlich, gerade wenn man ihn am besten mit flacher Kurve scannt, hat man immer so ein Schwarz, was nicht ganz schwarz ist, ein Weiß, was nicht ganz weiß ist, so. Und das wollen wir halt emulieren. Jetzt kommt auch gleich das Lustige mit der Farbe. Denn die haben wir jetzt gleich hier drin und hier ein bisschen Helligkeit in die Lichter und ziehen dann hier um den typischen ausgewaschenen Look zu bekommen. Und dann sehen wir auch hier in den Schattenbereichen direkt, wie die Sättigung zunimmt. Na? Ich fülle die Maus auf dem Mauspad. So ungefähr. Also das mache ich jetzt Pi mal Daumen. So ungefähr. Ein bisschen Daumen. So. Jetzt können wir dann auch mal gucken. Übrigens auch ein Trick, den ich erst kürzlich gelernt habe, bei wem die Kurve nicht so aussieht, sondern irgendwie so, wo man nicht so frei wählen kann, wo man denn jetzt eigentlich zieht. Da unten das Klicken, um die Punktkurve zu bearbeiten, dann kann man seine Punkte freisetzen. Jetzt können wir nochmal vergleichen. So. Warum sieht das krasser aus als das andere? Und dann können wir hier sehen, das ist viel zu tief. Das haben wir hier hingezogen. Oh. Und den haben wir zu hoch geschoben. So. Genau. Ich gucke mal nochmal in meinem Skript, ob ich da noch was anderes drin hatte. Ich kann auch hier in dem Vergleich nochmal schauen. Ah ja, genau. Genau, das haben wir noch nicht gemacht. Und zwar knallen wir da noch ein bisschen Kontrast drauf. Also wir könnten es theoretisch so lassen. Um jetzt den Look komplett zu machen, hauen wir da noch ein bisschen Kontrast rein. Nehmen hier dann wieder ein bisschen Kontrast weg. Minus 35. Also wir machen die Lichter noch ein bisschen, hoppla, noch ein bisschen weniger weiß, sondern farbiger sozusagen. Also ne, der Lichterschalter, der macht, der erhält die Highlights quasi. Weißt du, wir ziehen da, den so sehen, haben wir sehr viel hellen, fast weißen Anteil. Wenn wir den auf 35 sehen, dann haben wir noch wieder ein bisschen mehr Details da drin, gerade hier nur in diesem Bereich. Wenn man das jetzt hier hochzieht, dann ist das quasi sofort weg. Das wollen wir nicht, denn auch da, wer Films kennt, der weiß, Film hat entgegen seines schlechten Rufes sehr viel Dynamic Range. sehr viel Dynamic Range. Das heißt, der hält wunderbar irgendwie so Detail, Detailwerte, gerade in den, gerade in den Highlights. machen wir die Tiefen, machen wir ein bisschen, gehen wir ein bisschen an. Können hier nochmal schauen, ach, da ist mal verrutscht. Das machen wir so. Hoppala. Das ist nicht so ganz genau mit der Maus hier auf meinem Mausbett, weil die ein bisschen durch die Gegend wackelt. Und dann haben wir es auch schon. War jetzt halb so wild, ne? Also, ich glaube, die Gradationskurve ist dann tatsächlich am Ende am wichtigsten. und die Farbverschiebungen, das sind dann halt so quasi, ja, wie soll man es nennen, so Filmtypen eigene Verschiebungen von Farbwerten, ne? Also, man kennt das ja von Filmen, der eine ist ein bisschen empfindlicher, was Grüntöne angeht, der andere ist ein bisschen empfindlicher, was warme Töne angeht. Wenn man jetzt sich ein Portra anguckt, der ist relativ, ähm, gut für Hauttöne, ne? Der macht schöne, warme Hauttöne. Ähm, wenn man Fuji Superior anguckt, der ist nicht besonders toll für Hauttöne, der macht alles ziemlich grün und ziemlich kontrastreich. Ähm, das hier ist kein Film, das ist einfach irgendeine, irgendeine, meine eigene Interpretation von, ähm, Film, sozusagen. Also, wenn ich einen eigenen Film entwickelt hätte, dann wäre das jetzt in diesem Fall dieser. Was dann jetzt noch fehlt, ist dieses lustige Fenster hier, und zwar die Körnung. und die habe ich schon so ein bisschen voreingestellt, weil ich sie eigentlich nur zurückgesetzt habe. Ähm, war das richtig so? Und 20? Genau. Also wir haben hier dann, wenn wir nochmal gucken, ein bisschen feineres Korn, Also wir können hier die Unregelmäßigkeit einstellen. Ähm, dann sieht man quasi wie, ähm, ja, wie berechnet das ist. Man würde damit zum Beispiel emulieren, ähm, eine neue gegen eine alte, ähm, Kornstruktur beim Film. Das ist, glaube ich, bei Farbfilmen, bin ich mir gar nicht sicher, gar nicht mal so unterschiedlich. Bei Schwarz-Weiß-Filmen gibt es das ja auf jeden Fall. Da gibt es ja die T-Struktur und die, äh, andere Struktur. Ähm, die T-Struktur wäre, glaube ich, dann eher ein bisschen unregelmäßiger, weil es ein bisschen geraderes Raster ist, in dem das Korn angeordnet ist. Und, ähm, die andere, die ältere Formel ist ein bisschen willkürlicher. Da gibt es dann auch mal Kornklumpen. Und das sieht man dann genau hier in solchen Bereichen, ne, wo dann halt so Klumpen, in Anführungszeichen, auftreten. Wir wollen das irgendwie so ein bisschen, bisschen irgendwie in der Mitte. Die Größe können wir hier anpassen. Ja, Lightroom ist nicht das schnellste Programm, was es unter der Sonne gibt. Bei der Größe lässt sich sagen, je größer es wird, desto unschärfer wird auch das Bild, ne. Ähm, deswegen lasse ich das relativ gering. Und für diesen Look jetzt ist es ein relativ schwaches Korn, sage ich mal. Ich würde es mal so ein bisschen in die Portra-Richtung schieben, ähm, obwohl es Korn nicht zu stark ist. Ich habe auch andere Presets gemacht, die sind dann deutlich stärker. Und, ähm, was ich tatsächlich auch, ähm, für Instagram dann auch nochmal mache. Also, wenn ich das Bild jetzt habe und es ist fertig und ich speichere es, dann gehe ich in, am Handy dann, bevor ich das poste, nochmal in Photoshop Express. Das ist, glaube ich, kostenlos. Ähm, kann das gleich. Ich hänge das mal an. Ähm, das mache ich für Instagram dafür, dass die Bilder natürlich sehr klein sind, ähm, ähm, auf einer bestimmten Größe immer angezeigt werden und, ähm, man da dann auf der kleinen Größe nicht unbedingt einen Korn sieht, was in dem Bild drin ist. Das heißt, ich verstärke das nochmal künstlich für Instagram angepasst an die Betrachtungsgröße, ne, also, dass man da dann das Korn auch nochmal sieht. Ähm, genau. So, was man jetzt dann noch machen würde, hiermit ist, einfach hinzugehen, zu sagen, hier, neues Preset, Namen geben, Test, einordnen, so, hier, Farbfilm, dann die Werte übernehmen, wenn ich übernehme, was ich nicht übernehme, in den meisten Fällen, ist der Weißabgleich, denn der ist von Bild zu Bild unterschiedlich, die Belichtung auch nicht, ist auch von Bild zu Bild unterschiedlich, alles andere übernehme ich, Klarheit und Teiltonung und so, das lasse ich raus, weil das habe ich auch nicht benutzt, ähm, Kornung habe ich benutzt, die Prozessversion und die Kalibrierung, das ist das, was wir zuerst gemacht haben, und, ähm, den Rest habe ich nicht benutzt, ähm, Verlaufsfilter, Radialfilter, das sind die Anpassungen, die ich im Vorfeld gemacht habe, die sind auch von Bild zu Bild unterschiedlich, das heißt, ich nehme jetzt hier wirklich nur die Sachen, die für den Look relevant sind, übergreifend, nicht spezifisch auf das eine Bild, sondern auf alle Bilder, dann sage ich erstellen, und dann habe ich den hier am Rand, kann dann jetzt auch hingehen und mal ein anderes Bild nehmen, ähm, ich suche hier unter dem schwarzen Balken, wo ihr nicht sehen könnt, welche Bilder darunter sind, aus datenschutzrechtlichen Gründen, und vor allen Dingen auch aus Gründen der YouTube-Zensierung, das macht es mir einfacher, als dass ich jetzt hier, ich meine, hier mache ich dann, ne, lustige, schöne Balken oben drüber, ähm, aber das müsste ich hier unten jetzt dann auch irgendwie vereinzelt und das hast du nicht gesehen und deswegen ist das hier komplett drüber, ähm, das? Nein, das ist es nicht, das ist es. Da seht ihr, also, Cognac ist derselbe Look, so, jetzt nehmen wir Test und dann sehen wir, es hat sich kaum was geändert. Ich kann das mal zurücksetzen, so sieht das Bild standardmäßig aus. Da hauen wir ein Weißabgleich drauf, da hauen wir es Preset drauf. Fertig. Hier noch ein bisschen mit der Helligkeit spielen. Brauchen wir eigentlich nicht. Oh. Oh, fertig. Und dann hat man in Sekundenschnelle einen filmischen Look. Und ihr seht hier, ich habe das dann auch noch mal ein bisschen angepasst, ich nenne es Beach. Das entsteht dann, also da habe ich dann so das eingestellt, dass die Highlights noch ein bisschen ins Blaue gehen und die Schatten noch ein bisschen ins Rötliche. Ähm, ist sehr speziell, funktioniert dann auch nicht bei allem. Ähm, wen das interessiert, das kann ich dann vielleicht auch separat noch mal zeigen, wie man das macht. Ähm, dann habe ich noch eine Low-Kontrast-Variante davon, ähm, den Kontrast oben rausgenommen habe. Ich könnte ihn jetzt hier auch wieder reinbauen und dann ist er wieder da. Ähm, ja, ja, ja. Hasse ich ja an Lightroom, ne? Man kann nicht einfach löschen und ersetzt das zurück. Nein, man muss immer 0 eingeben. So, und dann habe ich, genau, dann haben wir das. Dann gibt es noch so ein paar lustige filmische oder Gold. Portra O400, der nicht sehr akkurat ist. Uiuiui. Ja, das schneiden wir aus. Ne. Also, das funktioniert dann auch auf unterschiedlichsten Varianten. Funktioniert auch am Meer. Ganz gut. Man kann dann immer noch spezifisch ein bisschen was anpassen, ne? Also, bei diesem Bild jetzt hier, wo viel schwarz ist, da würde ich dann vielleicht die Tiefen ein bisschen wieder anheben. der Kontrast nicht ganz so krass ist, weil das hier halt ein sehr kontrastreiches Licht ist, ne? Strahlende Sonne ohne Wolken. Ähm. Aber ansonsten ist das halt eigentlich universell einsetzbar. Genau. So. Jetzt schaue ich mal, ob man das noch in, ob ich noch, wie das Ganze dann in Capture One funktioniert. So. Dann schauen wir nochmal. Ich hab jetzt mal Capture One hier installiert. Hab das noch nie benutzt. Deswegen hab ein bisschen Geduld mit mir. Ich versuch das jetzt mal hier so gut es geht nachzubauen. So. Oh, guck mal. mehrere Leuchtstoff-Dinger hier. Ähm. Kunstlicht. Warum hat der hier, ähm. Ah, okay. Der liest, ähm. Ja, okay. Verstehe. Der liest die Einstellung aus der Kamera aus. Und das war nun mal schwarz-weiß. Film. Was heißt das? Ne. Ich will jetzt hier eine Jahre Wiedergabe. Keine Ahnung. Allgemein. Ja. I don't know. Kunstlicht ist auf jeden Fall falsch. Leuchtstoff auch. Uah. Ähm. Wir machen das mal so wie wir es bei Lightroom hatten. Null. Wo kriegen wir denn hier meine lieben Freunde äh. Da kriegen wir äh. Weiß schon, warum ich dieses Programm nicht benutze. Und äh. Wo kriegen wir denn hier äh. Ähm. Entschuldigung, dass es so lange dauert hier. Ich muss mich natürlich erstmal zurechtfinden. Weil ich äh. beschleunige das jetzt hier im, im, im Hintergrund mal ein bisschen, ne. Ich werde das dann allerdings ein bisschen verlaufen lassen. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ist nicht mein Programm, aber geht. Man muss ein bisschen was anpassen. Und zwar habe ich jetzt, habe ich aber auf die Schnelle, kann auch sein, dass es das gibt, bei der Kamerakalibrierung, wie wir sie in Lightroom hatten, wo wir die Schatten ins Weimere gezogen haben. Das habe ich jetzt nicht gefunden, leider. Also habe ich das hier über den Weißabgleich gemacht und habe das auf minus 5 gezogen. Den Kontrast habe ich auf 24 gestellt, weil anscheinend Capture One geht nur bis 50. Das heißt, wenn ich da die 48 aus Lightroom reinmache, ist es viel zu viel. Also nehmen wir die Hälfte, weil die Skala ja auch nur halb so weit geht. Passt dann ungefähr. Ich habe hier, das heißt hier HDR, also die Aufteilung finde ich wirklich grausig, aber die Lichter nach unten gezogen und die Tiefen erhöht. Gradationskurve hat man gesehen. Ich habe das jetzt hier wirklich nur ein paar Mal Daumen gemacht, weil das dann auch sonst zu umständlich und zu lange dauert, mich jetzt hier rein zu fuchsen extra. Genau, hier bei den Farben. Ich habe jetzt hier das Standard-Fuji-Film genommen, also irgendwas hier an Capture One verhindert sonst die Helligkeit irgendwie. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung, also es ist irgendwie ein Stop dunkler, als es sein müsste, aber okay. Okay, also mit dem Provia bin ich dann doch zufriedener. Müsst ihr dann gucken, wenn ihr da Capture One nehmt, was da bei euch drauf ist. Kann ich sagen, ist ja von Kamera zu Kamera unabhängig. Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Genau, was ich auch nicht sonderlich toll jetzt hier finde, ist das Korn. Denn ich kann hier aus irgendwelchen Körnern auswählen, die alle irgendwie nicht besonders schön sind. Wenn ihr mich fragt. Aber gut, so ist das halt. Also da mag ich es dann doch lieber, dass ich bei Lightroom dann komplett das anpassen kann. Mit drei Schiebern und dann sagen kann, welche Form, also wie regelmäßig das ist. Das ist mir lieber. Aber okay. Funktioniert auf jeden Fall. Na, ich finde jetzt hier, dass man hier nicht unbedingt, das kann natürlich auch an der Darstellung liegen, nicht unbedingt viel Korn sieht in der Voranzeige. Aber so ist das halt, ne. Also Endeffekt kommt es ähnlich raus. Also man kann es auf jeden Fall auch auf Capture One übertragen. Ist ein bisschen umständlicher als jetzt bei Lightroom. Kann daran liegen, dass ich keine Ahnung von Capture One habe. Sicherlich sind die beiden Programme auch unterschiedlich. Was man halt braucht, sind diese Basisanpassungen hier. Und die Gradationskurve hier unten. Ansonsten hat man ja alles, ne. Also ich meine, gut, das eine jetzt hier mit diesem Kameraprofil ist ein bisschen ärgerlich, weil es irgendwie anscheinend nicht so funktioniert, wie ich will. Ich wollte auch eigentlich hier das Allgemeine auswählen. Kann ich aber nicht. Ähm. Weil er mich nicht lässt. Aber okay. Funktioniert trotzdem. So. Da sind wir dann jetzt wieder in Lightroom. Ähm. Muss ich sagen, gefällt mir besser. Ähm. Gerade hier die Highlights, die Unterschiede, gefällt mir einfach besser. Als bei Capture One. Ähm. Wird man aber auch sicherlich mit ein bisschen Anpassung dann trotzdem genau gleich hinkriegen. Ähm. Bin ich sicher, muss man dann ein bisschen mehr dran umspielen. Ja. Aber wenn euch das Ganze gefallen hat, ähm, dann, ja, keine Ahnung. Lass es mich wissen. Schreibt einen Kommentar. Lasst ein Däumchen da, wie man so schön sagt. Ähm. Lasst noch keins da, ist mir egal. Ähm. Ich hoffe, es hat euch zufriedengestellt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebrabbelt hab. Ja, viel zu lange. Aber egal. Ähm. Ich hoffe, es war irgendwie ein bisschen hilfreich und hat euch was gebracht. Und, ähm. Ich sag mal, viel Spaß beim Nachbasteln. Hä, hä, hä. Hä, hä. Und, ähm, wenn euch das interessiert, wenn ihr da mehr sehen wollt, Fragen, Vorschläge, Anregungen, ähm, haut das ruhig raus. Also, wenn es was, wenn es euch was zum Beschweren gibt, dann beschwert euch. Ist mir egal. Ich, ähm, kann damit umgehen. Also, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr andere Looks sehen wollt, wie gesagt, ich hab hier noch einen ganzen Katalog. Ich werd natürlich nicht alle davon irgendwie mal vorstellen. Aber, ähm, wenn es den einen oder anderen gibt, der euch vielleicht interessiert, ähm, haut das gerne mal raus. Ähm, einige davon sind, wie gesagt, Fujifilm spezifisch. Da wird es dann schwer, das auf alle zu übertragen. Aber, ähm, ja, wenn es euch irgendwas interessiert, wenn ihr vielleicht auch ein schwarz-weiß Book mal sehen wollt, irgendwie sowas hier. Dann, ähm, haut das gerne mal raus. Also, da können wir sicher noch einiges irgendwie ausprobieren. Ansonsten, dankeschön fürs Zuhören. Und, äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Wer weiß, wenn es ein nächstes Mal gibt. Tschüssi. Und, äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.